Hi, Andrzej hier für Tabletblog.de. Heute mit einem Test vom Samsung Galaxy Tab A 10.1, das nun seit einer Weile in Deutschland verfügbar ist und zu den beliebtesten Tablets in diesem Jahr gehören dürfte. Das war zumindest auch beim Vorgänger der Fall, dem Galaxy Tab A 9.7, das an sich ein gutes Tablet war, aber eine ein bisschen zu niedrige Auflösung hatte. Das Galaxy Tab A 10.1 gibt es mit 16 GB Speicher und WLAN, momentan für um die 250 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung lag oder liegt bei 289 Euro und typisch Samsung fällt der Preis recht schnell. Wer die LTE-Version haben möchte, muss gut 50 Euro drauflegen. Beginnen wir unseren Test mit der Verarbeitung und dem Design. Das Gehäuse des 10,1 Zoll großen Tablets hier besteht bei diesem Preis natürlich komplett aus Kunststoff. Das ist meistens der Fall und von Samsung kennen wir das ja sowieso. Schlimm ist das nicht, denn das Tablet ist solide verarbeitet. Anders als einige Konkurrenten lässt sich hier nicht großartig was verbiegen und es quietscht auch nichts, sondern es ist gut verarbeitet. Der Übergang von Rahmen zum Display, der ist nicht ganz so schön. Da steht so ein Kunststoffstreifen hervor. Stören tut er jetzt nicht wirklich, aber er sieht nicht schön aus. Und allgemein, die Verarbeitung ist wie gesagt ganz solide, aber beim Design wie bei dem Kunststoffstreifen, da hat Samsung in meinen Augen nicht ganz sauber gearbeitet. Das gilt nämlich auch für die Lautsprecher. Wir haben hier ein Display mit einem Seitenverhältnis von 16 zu 10 und das ist gut. Dadurch kann man darauf sehr gut Filme schauen, Serien oder eben andere Videos. Doch die Lautsprecher, aber auch das Logo oben und die drei Buttons sind so angebracht, als würde man das Tablet immer hochkant halten, was für ein 16 zu 10 Gerät ein bisschen ungewöhnlich ist. Das Problem bei den Lautsprechern ist, wenn man es dann hält, um ein Video zu schauen, wie man es bei einem 16 zu 10 Tablet machen würde, dann sind die beiden Lautsprecher an der Seite und so richtigen Stereo-Sound kriegt man dadurch leider nicht. Kommen wir zum Display. Das ist wie gesagt 10,1 Zoll groß und hier hat Samsung sich im Vergleich zum Vorgänger, dem Galaxy Tab A 9.7, deutlich verbessert. Vor einem Jahr brachte Samsung das Tablet noch mit einer Auflösung von 1024x768 Pixeln auf den Markt. Das ist ziemlich wenig, doch jetzt haben wir hier auf dem IPS-Panel endlich eine Full HD-Auflösung mit 1920x1200 Pixeln. Allgemein ist das Panel hier recht ordentlich. Es gibt gute Blickwinkel, die Farben werden schön wiedergegeben und es ist auch ausreichend hell. Natürlich kann man damit in der direkten Sonne schwer arbeiten. Es verwandelt sich wie so ziemlich jedes Tablet in einen Spiegel. Ein bisschen besser ist es dann mit Super AMOLED-Displays, wie man es beispielsweise beim Galaxy Tab S2 bekommt. Kommen wir zur Hardware und zur Performance. Im Galaxy Tab A 10.1 hier steckt ein Samsung Exynos 7870 Prozessor. Das ist ein Octocore-Chip mit 8 Cortex-A53-Gern, jeweils bei 1,6 GHz Takten. Dazu gibt es 2 GB Arbeitsspeicher und einen 16 GB großen internen Speicher. Davon sind gut 8,5 GB so frei. Die könnt ihr dann selber belegen und wem das nicht ausreicht, der hat hier einen Micro SD-Karten-Slot. Damit kann der Speicher also erweitert werden. Bei der Performance kann sich das Tablet hier auf jeden Fall sehen lassen. Sämtliche von mir ausgeprobierten Spiele wie Action-Shooter wie Modern Combat 5 oder Nova 3 Freedom Edition, die liefen sehr flüssig. Auch Rennspiele wie Asphalt 8, Airborne oder Need for Speed No Limits. Da gab es keine Probleme. Einfachere Spiele laufen hier drauf sowieso. Für Spiele ist es also recht gut geeignet. Das geben auch die Benchmarks wieder. Im Geekbench 3, im Single-Core-Test kam ich auf so um die 750 Punkte. Multi-Core-Test auf gut über 4000 Punkte. Und das ist ein bisschen besser als beim Huawei MediaPad M2 10.0, das ein bisschen teurer ist, auch ein Metallgehäuse hat, aber eben noch ein bisschen teurer ist. Bei Antutu kam ich auf so 45, 46.000 Punkte. Das ist gut 10.000 Punkte unter dem Galaxy Tab S2, das nochmal ein gutes Stück teurer ist, auch ein höherwertiges Display und so weiter hat. Ob man real so große Unterschiede feststellen wird, vermutlich nicht. Auf dem Galaxy Tab A 10.1 läuft hier Android 6.0 Marshmallow. Die Zeiten von Lollipop sind also endlich vorbei. Und es ist schön, dass Marshmallow hier direkt vorinstalliert ist, denn noch vor ein, zwei Monaten sind Geräte mit Lollipop erschienen und das sollte so langsam nicht mehr sein. Allgemein sieht es mit Updates für dieses Gerät hier ganz gut aus, denn der Vorgänger hat ein Update auf Marshmallow bekommen. Und ich gehe davon aus, wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass auch das Tab 10.1 hier ein Update auf die nächste Android-Version bekommen wird. Kosmetisch hat sich hier im Vergleich zu Lollipop nicht allzu viel getan. Es ist natürlich weiterhin TouchWiz installiert. Das ist die eigene Oberfläche von Samsung. Und früher war TouchWiz ziemlich überladen, doch in den letzten ein, zwei Jahren hat sich das geändert. Es ist halt recht schlank, es ruckelt nicht mehr so schnell. Und mir gefallen eigentlich die meisten Funktionen recht gut. Dazu gehört das Multi-Window-Feature, mit dem man zwei Apps nebeneinander öffnen kann und dann mit echten Multitasking direkt nebeneinander nutzen kann, wie wir es zum Beispiel auch von Windows 8, Windows 10 kennen. Es gibt noch weitere Features in TouchWiz, wie Flipboard ist integriert und so. Ich habe ein Video bei YouTube, schaut da mal rein. Da gebe ich ein paar Tipps und Tricks zu TouchWiz hier auf dem Galaxy Tab A 10.1. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Ich führe immer den gleichen Akkutest durch, nämlich lasse ich ein 27PE Video in eine Endlosschleife laufen. Die Helligkeit ist dabei auf 50% gesetzt. Das WLAN ist aktiviert, der Ton ist immer auf stumm geschaltet und hin und wieder treffen Benachrichtigungen von Gmail oder so ein, aber soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter sind grundsätzlich nicht installiert. Da würde die Akkulaufzeit dann niedriger ausfallen. Und in meinem Test hier bin ich auf 10 Stunden und 45 Minuten gekommen. Und das ist eine ziemlich gute Laufzeit für ein Tablet mit diesem Preis. Allgemein eine ganz ordentliche Laufzeit für ein Android-Tablet. Kommen wir zum Fazit. Ich halte das Galaxy Tab A 10.1 für ein ziemlich gutes Tablet. Die Performance ist dem Preis angemessen. Das 10,1-Zoll-Große Display hat eine gute Full-HD-Auflösung und die Akkulaufzeit ist auch sehr gut. Gleichzeitig ist mit Marshmallow ein aktuelles Betriebssystem installiert. Und mit Updates sieht es zumindest recht gut aus in der Zukunft, wenn wir schauen, was Samsung in der Vergangenheit gemacht hat. Und schön ist, dass der Preis immer recht schnell fällt. Wie gesagt, von 289 Euro nun auf gut 250 Euro. Und der Preis dürfte innerhalb der nächsten Monate noch weiter fallen. Wenig durchdacht sind hingegen die beiden Lautsprecher, die an eine Seite angebracht sind, was meiner Meinung nach Quatsch ist. Aber es ist ja jetzt auch kein Dealbreaker. Also so schlimm finde ich es nun auch nicht. Und deswegen finde ich, dass Galaxy Tab A 10.1 in dieser Klasse doch gehört es zu den Preis-Leistungssiegern. Auch weil es gar nicht so viele Alternativen gibt. Und die schauen wir uns mal schnell an. Es gibt natürlich ein paar Alternativen, die ein 10-Zoll-Großes Tablet sind, ein Full-HD-Display bieten und Android 6.0 Marshmallow für unter 300 Euro. Eine Alternative ist das Ace Iconia Tab 10 A3 A40. Das wurde im April vorgestellt, ist auch schon verfügbar. Ist mit 199 Euro deutlich günstiger. Allerdings hat mich die Verarbeitung wirklich enttäuscht. Man bekommt mit 32 GB ein bisschen mehr Speicher. Aber die Verarbeitung fand ich doch sehr enttäuschend. Ich habe mir das Tablet auf der Computex angesehen. Und man kann da von hinten so ein bisschen durchdrücken. Fand ich wirklich nicht gut. Eine weitere Alternative ist das Lenovo Tab 13 Business. Das ist in Deutschland aktuell noch nicht verfügbar. Dürfte aber so für um die 250 bis 280 Euro erscheinen. Hat auch ein 10-Zoll-Display, Full-HD, Android Marshmallow. Es gibt mit 32 GB auch hier ein bisschen mehr Speicher. Allerdings steckt da drin nur ein Mediatek Quad-Core-Prozessor. Auch Cortex-A 53 Kerne, allerdings nur 4 und nur bei 1,3 statt 1,6 GHz getaktet. Die Performance wird also merkbar schwächer sein. Wer mehr Geld ausgeben möchte, bekommt natürlich ein Galaxy Tab S2. Sowohl die neuere Version als auch die ältere. Die neuere wird direkt mit Marshmallow ausgeliefert. Und für die ältere gibt es ein Updates. Aber dafür muss man dann ein bisschen mehr als 350 Euro ausgeben. Also mindestens 100 Euro mehr, falls ihr eine ältere Version wählt. Oder eine gebraucht. Irgendwo bei Ebay oder so findet. Ja, das war's mit dem Review von Samsung Galaxy Tab A10.1. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir doch in die Kommentare. Und schaut auf tabletblog.de vorbei für den schriftlichen Testbericht und für sämtliche weiteren Tablettests, die ich so durchführe. Ich bin Andrzej. Vielen Dank fürs Zusehen.